Nun kommt der große Tag, heute ist der große Tag, die Schülerinnen und Schüler, der erste Schultag. Die Schülerinnen und Schüler betreten die Schule und wie man hier gut sehen kann, füllt sich das. Und schließlich sind die Schülerinnen und Schüler die Hauptakteure, die zentralen Akteure der Veranstaltung Schule, ob im Inland oder im Ausland. Bis zum nächsten Mal.